Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da hat sich Bungie aber etwas geleistet mit dem Buff für die Gravitonenlanze. Was es damit auf sich hat und warum das so ein großer Deal ist, schauen wir uns heute an. Dazu gibt es natürlich auch einen passenden Bild, all das und vieles mehr werden wir jetzt einmal besprechen. Bevor aber das Video losgeht, möchte ich allen einmal noch Bescheid geben. Heute im Community Day, im Stream, werdet ihr die Chance haben, ein Kit von Bungie zu gewinnen. Und in dem Fall ein Merch-Paket, ein Merch-Kit. Bedeutet, ihr bekommt die Möglichkeit, ein Paket mit einem T-Shirt, mit einem Pinset und mit dem Anglerhut der Season zu gewinnen. Kommt dafür im Stream vorbei, mehr Infos gibt es im Stream dafür. Hat mit Mangeln zu tun, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wird nicht lange dauern. Schaut sehr, sehr gerne vorbei, würde mich sehr freuen und damit weiter im Video. Also, 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 was soll ich noch sagen? Diese Woche gab es einen großen Mid-Season-Patch und in diesem Mid-Season-Patch gab es eine große Änderung an der Gravitonlanze, über die wir als allererstes sprechen dieses Mal. Das heißt, wir weichen ein bisschen vom Format ab. Das heißt, wir sprechen zuerst über die Waffe, sprechen dann über den Fokus und die Fragmente und Aspekte, kommen dann zur exotischen Ausrüstung und den Stats und danach den Mods und dem Artefakt. Also, als allererstes, was ist diese Woche passiert? Es gab einen Patch, in dem die Gravitonlanze angepasst wurde. Ich werde hier jetzt mich ausschließlich auf die PvE-Anpassung beziehen, denn das war nur eine, die sehr, sehr großen Impact hat. Denn die Gravitonlanze, die vorher schon ziemlich guten Schaden gemacht hat, aber trotzdem noch hinter allen anderen Primärwaffen war, hat diese Woche einen 67% Damage-Buff bekommen. Was für diese Waffe massive ist. Bedeutet, um euch mal kurz Perspektive dafür zu geben, das Einzige, was diese Waffe jetzt outperformt vom Schaden pro Schuss, ist Revision Zero. Das ist die einzige Waffe und auch nur mit ihrem Two-Burst-Modus. Bedeutet, alles andere ist Damage-Technik nicht so gut wie die Gravitonlanze. Eine kleine Ausnahme, da sind noch Pistolen, weil Pistolen, sage ich auch immer wieder im Stream, sind schadenstechnisch für Primärwaffen wirklich das Beste. Aber die Gravitonlanze, das merkt man auch, knallt richtig rein. Und diese 67% beziehen sich logischerweise natürlich nicht nur auf die Schüsse der Waffe, sondern auch auf den Kosmologie-Trade. Bedeutet, wenn wir Kills mit der Waffe machen, erzeugen wir ja kleine leere Projektile-Sucher, sowie die Streugranaten, wo wir auch noch gleich drüber sprechen werden. Bedeutet, in dem Fall ist diese Waffe wirklich doppelt und dreifach gebufft worden und es spielt sich wirklich, wirklich gut, wie ihr auch hier im Gameplay sehen werdet. Kommen wir dann an der Stelle einmal zu dem Fokus, denn wir befinden uns auf dem Leere-Läufer-Warlock und haben als allererstes die Katastrophen-Nova-Bombe ausgerüstet, da das einfach die Nova-Bombe ist, die mehr Schaden macht. Bezüglich den Fähigkeiten ist es sehr, sehr simpel. Wir haben ein Heilandes-Rift dabei und bei den Granaten schauen wir uns heute mal etwas anderes an. Passend zur Gravitonlanze gibt es einen passend thematischen Bild heute, nämlich da haben wir die Streugranate dabei. Die Gravitonlanze erzeugt ja kleine Streugranatensucher, die sehen eins zu eins so aus wie die von der Granate. Das heißt, da können wir natürlich noch themenmäßig noch mehr reingehen und dadurch natürlich ein rundes Gesamtpaket erschaffen. Bei den Aspekten ist es ebenfalls sehr einfach. Wir haben als allererstes die Leere-Füttern dabei, was dafür sorgt, dass wenn wir Fähigkeiten-Kills machen, wir Verschlingen aktivieren, was dafür sorgt, dass wir für jeden Kill Granaten-Recharge-Rate bekommen und unser Leben sich wieder vollständig auffüllt. Und als zweites haben wir noch Kind der alten Götter dabei, habe ich länger nicht mehr benutzt. Sorgt einfach dafür, dass wenn wir unseren Rift benutzen, wir eine kleine leere Seele bekommen, die, wenn wir Gegner anschießen, diese Gegner schwächt. Und gleichzeitig, je nachdem welches Rift wir dabei haben, uns entweder in Form von einem heilenden Rift, jedes Mal, wenn die Kugel Schaden erzeugt, uns Granaten und Nahkampfenergie wiedergibt. Oder wenn wir das stärkende Rift drin haben sollen, saugt die kleine leere Kugel, die kleine leere Seele den Gegnern wirklich ihre Leben aus und wir erhalten die Leben. Ansonsten haben wir bei den Fragmenten auch eigentlich die Standardansammlung der Fragmente dabei. Als allererstes haben wir Echo der Schwächung, das erklärt sich von selbst. Wir haben leere Granaten, gerade auch mit unserer Rüstung, wo wir gleich zu kommen, sorgt das natürlich dafür, dass unsere leere Granaten schwächen, was sehr gut mit unserem Bild synergiert. Dann haben wir noch Echo der Verdrängung dabei, Todesstößen mit leeren Fähigkeiten lassen Ziele explodieren. Gerade dadurch, dass unsere Granate schon so viele Explosionen erzeugt, plus unsere Gravitonenlanze so viele Explosionen erzeugt, ist das natürlich noch ein größeres Addkirr-Potenzial, was wirklich dafür sorgt, dass wenn ihr einen Gegner killt, alles stirbt. Dann haben wir als nächstes Echo des Stillstands dabei. Bindiger Todesstöße erschaffen eine Salve von leeren Schaden, die Kämpfer im Umkreis instabil werden lässt. Das Besiegen von instabilen Zielen erzeugt einen leeren Durchbruch. Und das ist der viel, viel wichtigerige Teil, denn wir wollen leere Durchbrüche dabei haben. Und zu guter Letzt haben wir noch Echo der Instabilität dabei, was dafür sorgt, dass wenn wir Granatenkills machen, was mit der Streugranate recht einfach ist, wir den Effekt der flüchtigen Geschosse erhalten, was, wie ihr euch vorstellen könnt, in Kombination mit der Gravitonenlanze, die gebufft wurde, dafür sorgt, dass wirklich endgültig, wenn ihr einen Gegner tötet, alles auf einmal stirbt. Soviel an der Stelle zu den Aspekten, Fragmenten und Fähigkeiten. Kommen wir einmal zu den Stats. Und das ist sehr, sehr simpel, denn wie immer, sehr klassisch, geht ihr auf Belastbarkeit, dann auf Disziplin und dann auf Erholung. Ist logisch, ich würde es auch so priorisieren an eurer Stelle. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mixen und matchen, falls ihr jetzt nicht die Ultra-Rüstung habt. Andererseits könnt ihr momentan auch beim Sonnenwende-Event natürlich sehr gut Rüstung farmen. Ansonsten kommen wir einmal zum exotischen Ausrüstungsgegenstand. Und das ist einer, über den wir länger nicht mehr gesprochen haben. Und es sind die Handschellen des Nichts. Die haben einen sehr, sehr einfachen Effekt, denn wir kriegen, da wir die Streugranate ausgerüstet haben, eine zweite Aufladung. Und wir ermöglichen es, den Streugranaten automatisch ihre Ziele zu verfolgen. Das bedeutet, wenn wir die Granate mal nicht ganz genau auf den Gegner schmeißen, treffen wir trotzdem Gegner dadurch noch und kriegen natürlich unseren Ad-Clear hochgedrückt. Sehr, sehr simpel, wenn ihr euch fragt, woher ihr die Arme bekommt, weil ihr sie noch nicht bekommen habt, denkt dran, das ist ein exotischer Ausrüstungsgegenstand, den ihr aus den täglichen verlorenen Sektoren erhaltet, wenn exotische Arme drin sind. Das bedeutet, schaut einfach nach auf eurer Map, auf eurem Tracker, welcher Sektor gerade drin ist, für höhere Schwierigkeit, guckt, ob ihr Arme hat und dann lauft ihr ein paar Mal als Warlock und dann solltet ihr recht fix auch diese Arme bekommen. Genug geschnackt von unserem Setup. Bei den Waffen haben wir schon drüber gesprochen, Gravitonlanze ist das, worum sich alles dreht. Dementsprechend sind eure anderen beiden Slots komplett frei, das heißt im Kinetik sowie im Heavy Slot könnt ihr euch überlegen, was ihr ausrüsten möchtet, je nachdem welchen Content ihr spielt. Dann kommen wir an der Stelle einmal zu den Mods und das ist sehr, sehr simpel an dieser Stelle. Bedeutet, auf unserem Helm haben wir zweimal Asche zu Angriff dabei, was dafür sorgt, dass das einfach sehr gut mit unserem Bild synergiert, denn wir verursachen einfach sehr viel Granatenschaden und sehr viele Granatenkills, was dafür sorgt, dass wir unsere Super einfach schneller wiederbekommen. Diese beiden Mods könnt ihr alternativ natürlich, wenn ihr einen Raid spielt, gegen mächtige Freunde austauschen oder sogar gegen schwere Munitionsfinder. Außerdem haben wir noch einen leeren Seifen dabei, da wir natürlich leere Waffen in unserem Bild in Form von Gravitonlanze und eventuell einer schweren Waffe benutzen, erzeugen wir dadurch natürlich noch Sphären der Macht. Auf unseren Armen, wer hätte es gedacht, haben wir einmal Feuerkraft dabei, dass wenn wir Granatenkills machen, wir eine Sphäre der Macht erzeugen und wir haben zwei Granatenkickstarts dabei, um einfach noch mehr unsere Granate spammen zu können, da wir sie automatisch noch schneller zurückbekommen. Wenn ihr hier nicht genug Platz haben solltet von den Punkten her, könnt ihr hier auch ohne Probleme zum Beispiel eine Einschlaginduktion reinpacken oder sogar, falls die Gravitonlanze euch zu langsam nachlädt, einen leeren Nachlader. Das kann auch sehr angenehm sein, habe ich sogar auch zwischendurch beim Testen gemacht. Auf unserem Brustpanzer ist es ebenfalls sehr einfach. Wir haben einmal aufgeladen dabei, um einfach einen zusätzlichen Rüstungsstapel tragen zu können, wenn wir Sphären der Macht aufsammeln. Und dann haben wir noch die Reserven unserer Wahl dabei. Je nachdem, welchen Content ihr spielt, auch hier wieder, könnt ihr natürlich auch die Reserven tauschen für zum Beispiel einen Stoßdämpfer. Auf den Beinen haben wir sehr, sehr klassisch zweimal Innovationen dabei, da wir einfach unsere Granatenabklingzeit weiter noch runterdrücken möchten, so gut wie möglich. Und wir haben noch einmal Stapelweise dabei, um, wenn wir eine Sphäre der Macht aufsammeln, einen zusätzlichen Rüstungsstapel zu erhalten. Zu guter Letzt, auf unserem Klassengegenstand ist es ebenfalls sehr einfach. Als allererstes haben wir da einen Schnitter dabei, da wir auch eine Interaktion in unserem Bild mit unserem Rift haben, in Form von der leeren Seele, können wir dadurch natürlich auch noch mehr Sphären der Macht erzeugen. Und ansonsten habe ich mich noch für zweimal Bomber entschieden. Wichtig hierbei an der Stelle, was ihr auch sehr gut ausrüsten könnt, ist mächtige Anziehung, wodurch ihr natürlich die Sphären in eurer Nähe direkt aufsammelt, wenn ihr euer Rift platziert, was ebenfalls in diesem Bild extrem, extrem gut synergiert. Kommen wir an der Stelle dann einmal zu den Artefaktmods, denn diese Season haben wir sehr, 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 sehr gute leere Artefaktmods dabei. Wie immer, erste Spalte, nehmt die Waffen eurer Wahl, die ihr für Champions haben möchtet. Die zweite Spalte würde ich euch immer komplett empfehlen, dann seid ihr sehr flexibel. Und dann ab der dritten Spalte kommt der interessante Kram, denn da haben wir als allererstes auf zum Durchbruch dabei, was dafür sorgt, dass wenn wir ein Ziel besiegen, welches durch einen leeren Debuff betroffen ist, wir automatisch einen leeren Durchbruch erschaffen, wenn wir einen leeren Fokus ausgerüstet haben. Das funktioniert natürlich in unserem Bild sehr, sehr gut und synergiert sehr gut mit allem, was wir in diesem Bild machen. Als nächstes haben wir schützender Durchbruch, was sich ebenfalls noch einmal mit den leeren Durchbrüchen befasst, denn jedes Mal, wenn wir einen leeren Durchbruch aufsammeln, kriegen wir einen leeren Überschild. Denkt dran, dieser Überschild gibt uns 50% Schadensreduktion, was sehr, 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 sehr nice ist und ebenfalls sich jedes Mal wieder neu auffüllt, wenn ihr erneut durch einen Durchbruch lauft. Und zu guter Letzt haben wir noch Supernova dabei. Das Aufsammeln von einem leeren Durchbruch sorgt dafür, dass wenn wir noch einmal mit irgendetwas, was leere Schaden macht, Schaden erzeugen, wir einen schwächenden Impuls aussenden, was dafür sorgt, dass wir Gegner noch mehr Schaden anrichten können. All das funktioniert natürlich sehr gut in unserem Bild, denn wir erzeugen durch unsere Fähigkeiten selber schon leere Durchbrüche und dann kriegen wir natürlich noch mehr Survivability und noch mehr Schaden durch unsere leere Durchbrüche, die wir erzeugen. An der Stelle kommen wir dann auch schon zum Gameplay-Loop und das ist sehr, sehr simpel. Benutzt eure Gravitonlanze, fangt an, auf alle Gegner drauf zu schießen. Es wird nicht viele Gegner brauchen, um eine gesamte Gegnerwille zu töten, gerade dadurch, dass die Gravitonlanze durch den Kosmologie-Trad massives Ad-Clear-Potenzial hat, in Kombination mit Flüchtigerfluss beziehungsweise den flüchtigen Geschossen, um genau zu sein, ist einfach wirklich extrem, extrem stark. Ihr müsst nur daran denken, schmeißt zwischendurch eure Streugranaten auf ein paar Gegner, das wird dann auch schon eine ganze Welle an Gegnern clearen, dann habt ihr für 10 Sekunden die flüchtigen Geschosse, wodurch ihr natürlich massives Ad-Clear-Potenzial und zusätzlichen Schaden für eventuelle Champions oder andere Gegner habt und das wiederholt sich dann. Ihr könnt zwischendurch jederzeit euer Rift benutzen, wodurch ihr noch eine leere Seele erschafft, die euch ebenfalls nochmal Fähigkeiten und Energie zurückgibt. Bedeutet, das ist eigentlich schon ein wirklicher Selbstläufer, dieser Bild. Wenn ihr jetzt nicht, das Einzige, was ihr an dieser Stelle nicht machen solltet, ist, direkt zwei Granaten hintereinander zu schmeißen. Ich weiß, das kann verlockend sein, gerade mit der Streugranate, aber dann wastet ihr sehr viel Fähigkeiten und Energie und vor allem wastet ihr sehr viel von eurem flüchtigen Geschossetimer. Bedeutet, jedes Mal, wenn ihr einen Granatenkill macht, erhaltet ihr flüchtige Geschosse. Wenn ihr natürlich zwei hintereinander schmeißt, ist das natürlich sehr unpraktisch. Dementsprechend, das ist der Bild. Checkt sehr gerne die Beschreibung ab. Da ist der Link drin. Wenn es auch schon freigegeben ist von Mobalytics, werdet ihr da natürlich auch den Mobalytics-Link finden. Wie immer, natürlich, ich werde da versuchen, mein Bestes die Builds immer hochzuladen. Allerdings dauert das immer leider ein bisschen, bis sie auch dann freigegeben sind und auf der Seite landen. Aber checkt da sehr gerne zwischendurch mal aus. Da sind schon die ein oder anderen Builds sogar online. Ansonsten würde ich sagen, Leute, schaut definitiv im Stream vorbei. Das Angle-Event wird sich lohnen. Glaubt mir, das Merch-Paket ist wirklich nice. Ich wünsche, ich könnte es auch haben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns im Stream oder im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Lasst dem Kanal gerne ein Abo da. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst natürlich nicht den Kommentar für den Algorithmus. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.